Kuriose gelb-rote Karte für Stuttgarts Ahamada. Nach dem zwischenzeitlichen 2 zu 1 Führungstreffer von Endo stürmte Ahamada in Richtung Auswärtsblock und feierte dort mit den VfB-Fans. Für diese Aktion kassierte der 20-jährige Gelb, da er 5 Minuten zuvor bereits wegen Meckerns Geld sah, musste er den Platz mit Gelb-Rot verlassen.